Klaus Auge, Augenthaler ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Als klassischer Libero feierte Augenthaler nationale und internationale Erfolge. Mit sieben deutschen Meisterschaften im Trikot des FC Bayern München hielt er lange einen Rekord, der später von Oliver Kahn, Mehmet Scholl und Bastian Schweinsteiger überboten wurde. Ein Höhepunkt seiner Karriere war der Weltmeistertitel mit der deutschen Fußballnationalmannschaft im Jahr 1990 Karriere als Spieler. Augenthaler wurde durch Co-Trainer Werner Eug als 1,8-Jähriger von seinem Heimat- und Jugendverein FC Wilshofen in die Jugendabteilung des FC Bayern München geholt. Dort war er ein Jahr aktiv, bis ihn Güler Laurent als Vorstopper, später als Libero ins Profiteam integrierte. Während er in der Saison 1976-77 noch ohne Einsatz in der Bundesliga blieb, konnte er mit der Auswahl des Landesverbandes Bayern mit einem 4-2-Sieg über die Auswahl des Landesverbandes Südwest den Länderpokal der Amateure gewinnen. Augenthalers Einstand als Profispieler war ein gelungener, denn am 12. Oktober 1977 erzielte er in der 20. Minute mit der 1-0-Führung auch sein erstes Tor beim 3-0-Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Diesem Spiel folgten noch 403 weitere Bundesliga-Einsätze und in jeder Saison bis 1.991 auch mindestens ein Treffer von ihm. Des Weiteren spielte er 50-mal im DFB-Pokal und 89-mal im Europapokal. Nach Beendigung seiner Bundesliga-Karriere spielte Augenthaler noch bis 1996 vereinzelt für die Amateure des FC Bayern in der Ober- bzw. Regionalliga. Die Zeit, in der Augenthaler ausschließlich beim FC Bayern München spielte, war von zahlreichen Erfolgen gekrönt. Augenthaler holte nicht nur sieben deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern, er war auch lange Zeit deren Kapitän und einer der besten Liberos. Auge bewies auch im Spiel ein überragendes Auge, seine weiten Pässe waren ebenso bemerkenswert wie seine gefürchteten Freistöße. Ein ganz besonderes Tor gelang ihm 1989, als er Uli Stein mit einem 50-Meter-Weitschuss vom Mittelkreis aus überwand. Das Tor wurde zum Tor des Jahrzehnts der 80er-Jahre gewählt. Sein letztes Spiel in der Bundesliga bestritt er am 15. Juni 1991, dem letzten Spieltag der Saison, 1.1991 beim 2-2-Unentschieden gegen Bayern 05. Würdingen-Augenthaler wurde in der 66. Minute für Manfred Bender ausgewechselt. Als Spieler und langjähriger Kapitän hatte Augenthaler eine Ära geprägt. Der angestrebte Sieg im Europapokal der Landesmeister blieb ihm aber versagt. 1982 gab es eine Niederlage im Entspiel gegen Aston Villa. Beim 1-2 gegen den FC Porto 1987 fehlte er aufgrund der im Halbfinale gegen Real Madrid erhaltenen roten Karte. Seine Europapokalkarriere endete tragisch. Torwart Raimond Aumann lenkte in der Nachspielzeit des Halbfinales 1991 bei Roter Stern Belgrad einen von Augenthaler abgewehrten Ball ins eigene Tor. Das Nationaltrikot trug Augenthaler erstmals in der DFB-Jugendauswahl, für die er elfmal zum Einsatz kam und drei Tore erzielte. Sein Debüt gab er am 15. Oktober 1975 in Trelleborg beim 1-zu-1-Unentschieden gegen die Auswahl Schwedens. Es folgten zehn Einsätze in Folge, wobei er in seinem fünften am 3. März 1976 in Duschanbe beim 2-zu-0-Sieg über Ungarn sein erstes von drei Toren erzielte. Seinen letzten Einsatz für diese Auswahl bestritt er am 1. Juni 1976 im ungarischen Balatonfuzvo beim 3-zu-2-Sieg über die Auswahl der Tschechoslowakei. Augenthaler spielte achtmal für die B-Nationalmannschaft erstmals am 11. September 1979 in Kaiserslautern, als er für Dietmar Jakobs eingewechselt beim 2-zu-1-Sieg über Rumänien mitwirkte. Bereits in seinem zweiten Spiel am 16. Oktober in Koblenz beim 9-zu-0-Sieg über die A-Nationalmannschaft Luxemburgs kam er zu seinem einzigen Treffer. Für die A-Nationalmannschaft spielte er 27 Mal, erstmals am 5. Oktober 1983 im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 1984 beim 3-zu-0-Sieg über Österreich in Gelsenkirchen. Augenthaler nahm an zwei Weltmeisterschaften teil und wurde in seinem letzten Länderspiel am 8. Juli 1990 in Rom Weltmeister. Karriere als Trainer Unmittelbar nach dem Ende seiner Profikarriere übernahm Augenthaler die A-Jugendmannschaft des FC Bayern München. Von 1992 bis 1997 hatte er die Funktion des Co-Trainers und ab Mitte Mai 1996 bis zum Ende der Saison in Folge kurzfristiger Vertretung Franz Beckenbauers die des Cheftrainers inne. Bis 1996 spielte er parallel zu seiner Trainertätigkeit vereinzelt bei den Amateuren des FC Bayern, Grazer AK und 1. In Österreich war er anschließend bis März 2000 Cheftrainer des Bundesligisten Grazer AK, bevor er die Trainertätigkeit beim 1. FC Nürnberg übernahm und mit dem Klub 2001 in die Bundesliga aufstieg. Am 30. April 2003 wurde er bei den stark abstiegsgefährdeten Franken kurz vor Ende der Spielzeit beurlaubt. Am 13. Mai 2003 erhielt er die Anstellung bei Bayer 04 Leverkusen, um den Werksklub vor dem Abstieg zu retten, was ihm auch mit dem 15. Tabellenplatz gelang. In der Saison 2003-04 wurde er mit seinem Verein Dritter der Meisterschaft und qualifizierte sich so für die Teilnahme an der Champions League, in der der Verein am 15. September 2004 mit einem 3-0 Heimsieg über Real Madrid zu überzeugen, wusste aber im Achtelfinale gegen den FC Liverpool Ausschied. Für Augenthaler kam das aus am 16. September 2005 er wurde in Leverkusen entlassen. Die nach dreimonatiger Pause am 29. Dezember 2005 angetretene Trainer-Nachfolge von Holger Fach beim VfL Wolfsburg endete am 19. Mai 2007 in beiderseitigem Einvernehmen. Am 23. März 2010 übernahm Augenthaler das Amt des Trainers beim Drittligisten SPVGG Unterhaching. Er löste den Interimstrainer Matthias Lust ab, der das Amt von Ralf Hasenhüttel übernommen hatte, nachdem dieser am 22. Februar 2010 beurlaubt worden war. Augenthaler schaffte den Klassenerhalt bereits am 36. Spieltag mit einem 1-0 Heimsieg gegen den Wuppertaler SV, bei dem Markus Stegmann den Siegtreffer erzielte. Sein Vertrag wurde zum Ende der Saison 2010-2011 nicht verlängert. Am 18. Februar 2016 wurde bekannt, dass Klaus Augenthaler ab Sommer 2016 den Bezirksligisten SV Donaustauf trainieren wird. Durch einen ehemaligen Jugendspieler, der in der Nähe wohne, sei der Kontakt zustande gekommen, wie Augenthaler auf einer Pressekonferenz preisgab. Erfolge Spielerweltmeister Bize-Weltmeister 1986 Finalist im Europapokal der Landesmeister 1982-1987 Deutscher Meister 1980-1981-1985-1986-1987-1989-1990 DFB-Pokalsieger 1982-1984-1986-1986 DFB-Supercup-Sieger 1983-1987-1990 DFB-Länderpokalsieger 1977 Co-Trainer UEFA-Cup-Sieger 1996 Deutscher Meister 1994-1997 DFB-Liga-Pokalsieger 1997 Trainer ÖFB-Cupsieger 2000 mit dem Grazer AK Meister der 2 Bundesliga 2001 mit dem 1 FC Nürnberg Auszeichnungen Torschütze des Monats April 1982-August 1989 Torschütze des Jahres 1989 Torschütze des Jahrzehnts in den 1980ern Hall of Fame des FC Bayern München Sonstiges In den Regionalliga-Süd-Spielzeiten 1994-95 und 1995-96 spielte er ein bzw. viermal bei den Amateuren des FC Bayern München, da diese stark ersatzgeschwächt waren. Sowohl im National Team als auch in den Vereinsmannschaften spielte er oft auf der Position des Liberos, war für die Organisation der Abwehr zuständig und führte meist die Freistöße aus. Sein besonderes Markenzeichen war sein ungewöhnlich harter Schuss. Bekannt wurde insbesondere sein Tor gegen Eintracht Frankfurt in der 1. Runde des DFB-Pokals am 19. August 1989. Der etwa von Höhe der Mittellinie aus erzielte Treffer wurde später zum Tor des Jahrzehnts gewählt. Klaus Augenthaler ist der einzige Trainer in der Geschichte der Bundesliga, der in einem Spiel viermal auswechselte. Am 18. Mai 1996 vertrat er Franz Beckenbauer als Trainer von Bayern München im letzten Saisonspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zur Pause brachte er drei neue Feldspieler, aber auch Michael Pruppst als Torhüter für Oliver Kahn. Schiedsrichter Lutz Wagner bemerkte diesen Regelverstoß nicht. Die Münchner glichen noch zum Entstand von 2 zu 2 aus, wobei Düsseldorf gegen die Wertung des Spiels angesichts dessen Bedeutungslosigkeit für beide Mannschaften keinen Einspruch einlegte. Während seiner Zeit beim Grazer AK gab Augenthaler auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er den Verein verlassen und künftig einen französischen Spitzenverein trainieren werde. Mehrere lokale Radiosender unterbrachen wegen einer entsprechenden Sondermeldung ihr Programm. Der als sein Nachfolger vorgestellte litauische Fußballtrainer Albertas Klimawischisch leitete sogleich ein erstes Training, bei dem er einen Spieler, der gegen die unkonventionellen Trainingsmethoden Einwände erhob, suspendierte. Nach wenigen Minuten brach daraufhin die gesamte Mannschaft unter Protest das Training ab. Im Folgenden wurden die anwesenden Journalisten aufgeklärt, dass es sich um einen Beitrag für die Sendung darüber lacht, die Welt handele. Klimawischisch war niemand anderes als der Komiker Harpe Kerkeling. Auch die Mannschaft war zuvor nicht eingeweiht worden. Am 10. Mai 2007 vor dem 33. Bundesligaspieltag gegen Alemannia Aachen gab der mit dem VfL Wolfsburg vom Abstieg bedrohte Klaus Augenthaler eine Pressekonferenz von 42 Sekunden Länge, bei der er die vier zugelassenen Fragen selbst stellte und auch selbst beantwortete. Am 30. Januar 2009 gab der Bayerische Rundfunk bekannt, dass Klaus Augenthaler für die Rückrunde der Bundesliga als Moderator der Sendung heute im Stadion auf Bayern 1 verpflichtet wurde.